Ja, grüß eigentlich, ich bin der Euter Raphael, Bergführer aus dem Pitztal und Erfinder vom Pitztal Wildface. Ja, ich werde euch jetzt etwas über das Wildface erzählen. Es ist eigentlich ein Rennen auf Zeit und es findet total im Gelände statt und es ist auf zwei Rennen aufgeteilt. Es gibt eine Qualifikation, das ist ein jedermanns Rennen, da kann wirklich jeder mitfahren. Das möchte man auch so. Und dort ist die Strecke, die Qualistrecke vom Riffelsee, also vom Hirschtal zum Hexenkössl ist eigentlich nicht so schwierig. Es ist einfach einfach ein Skigelände und dort wird einfach ausgesiebt und die Schnellsten kommen da ins Finale. 70 Fahrer qualifizieren sich für das Finale, für das Wildface und die fahren dann die Hauptline quasi notseitig den Mittagskogel, 1.500 Höhenmeter und fast 4,6 Kilometer ist die Länge. Hinten der Ausstieg sind ungefähr, würde ich sagen, 300 Höhenmeter bis zum Gipfel. Die Ostseite zuerst, die Grabseite heisst es. Und da muss man sagen, ja, das sind die ersten 400 Höhenmeter sind knackig, wo ich sage, ja, da sollte es einen nicht so pracken oder aufstellen. Ja, dann nimmst du die Hauptlinie, das sind auch noch einmal ungefähr 200-300 Höhenmeter, was man da macht. So wie jetzt, da hat man ein lachendes Auge. Weil, ja, es hat jetzt die Nacht noch einmal gut schnell gemacht. Muss man schauen eigentlich, dass nicht der Ski nachher anfängt mit runter zu fahren, was meistens eigentlich dann der Fall ist, da unten. Dass du dann nur noch Passagier bist, anstatt der Pilot. Der Berg macht den Spirit aus, weil der Berg ist halt einfach massiv. Das Ganze drumherum. Einmal 360 Grad die Runde drehen und sagen, boah, ich denke, dass ich eigentlich da oben stehe. Man darf einen fetten Mittelkugel runterfahren, eine geile Abfahrt und die lässige Leute. Es braucht lässige Leute, dass eine lockere Atmosphäre entsteht. Ich glaube, dass das so die Faktoren sind, wo man sagt, okay, das schwarzt den Haufen zusammen. Und ich glaube auch dann die lockere Atmosphäre. Der Veranstalter, der Raphael und der Philipp sind coole Jungs. Sie machen das Rennen safe, wirklich gut organisiert. Und ich glaube, dass das alles, das ganze Zusammenspiel, die Atmosphäre schafft da hinten rein. Und ich glaube, das Tal an sich hat da noch den Charakter, dass es nicht viel gibt hier im Tal. Dass das den Haufen, da gibt es einen Hexenkessel und es haltet den Haufen eigentlich auch noch zusammen. Seit letztem Jahr veranstalten wir auch das Kids Race, sodass man auch sieht, dass wir unseren Nachwuchs auch fördern. Und da ist unser Skikurby im Start vertreten. Es waren 40 Kinder am Start und die Zahl spricht für sich. Unsere Next Generation ist schon ready für das Weltfest. Und das Gefühl, dass man sagt, man lässt einen Ski lettern, man lässt einen Ski gehen. Dafür braucht es einfach Skitag. Egal ob du 20 Minuten brauchst, der kommt auch fix und fertig ins Ziel und hat den gleichen Spirit wie der Erste. Weil er hat für sich selber alles gegeben. Weil er mit sich selber zufrieden ist. So many K Bath regard. Für dich, dass wir uns nacheinander lieben sind. Und da wird auf den An alcoholicisch oder zufrieden ist. Du hast alles verändert.